Hallo unsere Spiele auf, Telekom Basketball, live und on demand, jetzt mit NBA und EuroLeague. Dagegen hielt zum Viertelende Carl Fogg, der fällt noch rein, mit plus 17 ging es in die letzten 10 Minuten. Und da wieder Carl Fogg, der Topscorer der Beko BBL, am Ende auch Topscorer der Partie, 32 Punkte, dazu 12 Rebound. Carl Fogg blieb cool, behielt die Nerven und so gewinnt Bremerhaven am Ende dieses wichtige, wichtige Spiel.